Alter! Ey wir müssen auch einfach erreichen ne? Wir müssen einfach erreichen. Wir müssen nur erreichen, ok. Aber ich brauch kurz den Mundi, ich kann so nicht weiter. Alle hacken, alle hacken. Zack, McFly. Keine Sekunde. Nein, keine Sekunde mehr. Was ist mit dem Sänger? Was? Was ist mit dem Sänger? Der kann nicht mehr singen, der singt aber nicht mehr. Der spielt einfach nur noch hart. Achso. Was? Manchmal reicht das. Ja, also es war nicht schlecht, aber diese melodische Part, die es auch ausgemacht hat, haben halt voll gefehlt dadurch. Schade. Das ist totaler Schrott. Wir sind in Tokio und die benutzen weiterhin die, äh, die normalen Zombiescans. Das ist also diese, äh, wie sagt man? Kaukasie? Keine asiatischen. Ja genau, keine asiatischen Zombiescans. Ja, da wohnen ja aber nicht nur asiatische Menschen. Das ist schon ein bisschen krass, deine Aussage jetzt hier, ne? Oh! Wo läuft der hin? Dieser scheiß Spooker. Ne, der Spooker. Und da liegt ein Creeper um die Ecke. Stirb du endlich! Und da links ist ein Creeper direkt. Den hab ich schon gesehen. In der anderen Straße. Du bist ja in der anderen Straße. Okay. Geil, ich war bald gekommen. Ach, Gabor, du startest mit nem Medi-Pack und wir nicht. Oder hast du ihn gefunden? Äh, ne, ich hatte das. Kann sein, dass ich mit nem Medi-Pack starte. Gabor startet damit, ja. Ah, ich starte mit nem automatischen Wohlfeld. Oh. Du heilst mich? Ach ja. Danke. Ja, solange das ganze Team über 50% Gesundheit hat, mach ich 50% mehr Waffenschaden. Ah, echt? Oder wir alle, das ist nicht ganz klar aus der Übersetzung. Ah! Oh. 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 Ah, hey Jungs. Ja. Könntest du wieder versammeln? Oh, wie viel hält der aus? Könnt' ihm helfen? Schien, sie drehen nicht mal nach rechts. Schien, sie drehen nicht mal nach rechts. Ach, da hinten. Das hat richtig, das hat richtig weh getan. Okay. Okay. Äh, jetzt seid ihr da lang, ne? Ja, ich geh mit dir. Wir müssen ja eh wieder jetzt hier, treffen wir uns alle. Okay, er ist dicker, oder? Diesen Granaten übrigens. Ja. Es ist überhaupt schwer gerade, oder? Ja. Also man hat schon gemerkt, ich glaub der, äh, Lurker hat, äh, der Creeper hat mir ausgehalten. Da ist so'n dicker, seht ihr das rechts? Oh ja, seh ich grad. Boah. Erreichel den Bus. Wir müssen mit dem Bus fahren. Schind' ein bisschen. Hat einer Mini-Gruppen-Ticket? Ne, aber ich hab' Job-Tickets. Du brauchst unsere Hilfe! Ah, gib mir was. Team 4. Wir brauchen alle von euch hier, bevor wir in den Tunnel gehen. Wartet kurz! Ich hab' mir grad Loot gesucht. Oh, was ist hier? Ah, hier sind noch mal, äh, Granaten oder Stimstiger. Ja, für dich, Gabor, ne? Hier. Hier. Hast du voll? Aber hast du voll? Ja, ja, wir müssen den Bus eskortieren, hier müssen wir ein bisschen... Ja, looten müssen wir, hast recht. Ok, eskortieren den Bus. Stacheldraht ist das dämlichste, was man gegen Zombies benutzen kann, meiner Meinung nach. Es hilft an der Kurs, ne? Als Verteidigung. Ne, es macht auch gar keinen Schaden an so nem Zombie, sondern hilft dem höchstens, sich darin zu verheddern und an deinem Fluchtfahrzeug hängen zu bleiben. Boah, Alter, da ließ man heftig leben. Das ist, äh, ein kurzen Teil. Nein! Ah, nachleihen muss ich! Komm her, komm her! Ich hab nicht mehr fehlen, danke, Gabor. Granate! Boah, hinter uns, guck dir auch, ne? Ja. Der Bus hat keine HP, oder? Ne. Sieht nicht so aus. Irgendwann ist es vorbei, wenn die reinkommen. Ah, ja. Ich hab schon keine Munition mehr, ich bin schon auf der Sekundärwaffe. Sonst geh ich noch mal nach hinten, Gabor. Oh nein, da sind Spucker. Oh nein, da sind Spucker. Oh nein, ich bin tot. Diese Spucker, danke dir. Wo bist du denn, Pimbo? Äh, hinten, neben dir. Gar überhaupt nicht. Ach, da? Okay. Boah, Alter, ich hab gar kein Leben mehr. Hohoho, schwer ist richtig hart. Da kommt ein Bulle, da kommt ein Bulle. Oh. Oh nein. Oh, der hat mich direkt umgehauen. Nice, der läuft die ganze Zeit gegen den Bus, der Idiot. Ja, der war wild auf mich, glaub ich. Wenn einer ne Munitionskiste sieht. Ja, rechts, rechts, rechts hier. Locker. Da ist ne Kettensäge hinten rechts, irgendwo hinter dir. Hier ist ne Munitionskiste. Ah, was? Ach so, friendly fire. Ihr habt mich, glaub ich, getötet, ne? Scheiße. Kann sogar sein. Wir hätten ein Screamer an. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Ich bin schon wieder fast tot, weil mir jemand rückgeschossen hat. Ja, du bist direkt vor meine Linse gelaufen, da konnte ich nichts machen. Ja, wir waren aber in dem engen Gang. Ja, aber ich war erst vor dir, dann hab ich auf den Spieler getroffen und dann bist du vor mich gelaufen. Also... Ich hab mich echt gestiegen. Quatsch. Pini, komm zurück bitte. Ich hab nen Medikit. Hier ist was zum Aufbauen. Wo sollen die denn sein? Wo sind sie denn? Und Fettsack? Hinter dir jetzt in Mo. Du hast mich ja gar nicht dran gestört, oder? Das war so ein Fettsack. Das war ich nicht. Das war Gabor. Das war Gabor. Das war Gabor. Und wo hier ist ein Verbandkasten? Oh. Sorry. Ähm. Ja, Gabor muss mich heilen dann. Ja, bei der... Ja, ja, ja. Ach du Scheiße. Von hinten kam vor viele jetzt. Heilst du mich? Oh, come on. Keep going. These Meds will help. They're inside! Hä? Oh, nein! Der Bus! Die sind irgendwie da reingekommen. Ich hab das gar nicht gemerkt. Wo waren die denn? Der Bus? Ja, nur 30 Sekunden. Wenn du komplett stirbst, bist du tot. Das wäre ein komischer Perk. Was habt ihr da für komische Musik im Hintergrund? Ja. Mikrofonpögel runterstellen. Ich sag's die ganze Zeit schon. Ach so. Von Gabor. Wo macht man das? So? Hört ihr mich so noch? Ja. Ja. Und die Musik jetzt? Die Musik ist weg. Ne. Weg. Aha. Du sagst das doch direkt. Hallo Gabor! Hi. Alter, Creeper hinter euch. Hinter euch, Creeper. Hallo, Creeper. Creeper hinter uns. Ich bin kaputt gleich. Bull. Oh, nein! Was? Äh, Granate. Rechts ist frei. Da hinten ist Creeper. Guck mal, ob ich den sehen kann. Wo ist der denn? Hier. Ja. Ah, da, ja. Okay. Ah, hier ist immer ne Kiste bei mir. Bei mir. Moni Kiste. Nimmst du die da? Ach so, da links ist das zum Aufbauen. Oben wo der Creeper war. Ah, nice. Hol ich. Stacheldraht. Oh, hier ist der Rotzer hinter uns. Und der Dicke. Und der Dicke. Habt ihr das zum Aufbauen genommen? Ja, ja. Stacheldraht hab ich geholt. Kann ich da hinten aufbauen. Die sind auch immer mal rechts und links so Fässer, ne? So rote. Die kann man auch immer in die Luft jagen. Falls da dann Zombies am Stimmen sitzt. Senke die Absperrung. Okay. Creeper links. Gut. Hinter dir ist ein Stinker. Pass auf. Ich geh weiter, aber. Sonst gehst du ins Gift. Oh, hier ist ein Fetter. Sollt ihr mir helfen? Der kriegt mich jetzt wahrscheinlich. Ah ne, doch nicht. Vorbei. Oh, da hinten. Okay, wie machen wir die Absperrung runter? Willst du dich irgendwann um die Absperrung kümmern? Ja. Haben wir noch Granaten hier? Ne. Nee. Nee. Alexa, stopp. Hilft die uns? Geil. Ja. 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 Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Die kommen. Acht Sekunden. Okay. Schmach. Wo kommen denn die Kacknappen? Der guckt wohin? Wo bleibst du da? Kann nicht schmach. Ah ne. Da wird schon angezeigt von wo sie kommen. Die kommen von da hinten. Okay. Das Geschütz hab ich aufgeladen. Wir haben zwei Zäune. Das muss reichen glaube ich. Einfach ein bisschen auf die Minimap gucken ob hinten was rotes kommt. Ach du scheiße. Ach du. Ach du. Ah. Ich muss mich desinfizieren. Hier ist irgendwo so ein Spooker. Ja ja. Ich versuch ihn gerade zu machen. Boah. Der Dicke hat mich. Wie viel Hilfe. Der hat mich der Dicke. Der Bus. Der Bus. Der Bus. Ich bin schon platt. Ich bin schon platt. Ich bin schon platt. Simbo du musst uns helfen ne. Ja. Wir müssen beide down. Da ist der Dicke. Wenn ich den nicht kriege dann bin ich. Ja. Konnt ich nichts machen aber viel zu viele. Die haben komplett überrannt. Komplett. Die hätten uns ein bisschen weiter hinten aufhalten müssen. Und die auf dem Bus zulaufen lassen können. Und dann den Bus mal wieder befreien von Zombies. Ey die haben mich sofort umgebracht. Ich hatte gar keine Chance. Hinter uns sowas. Oh Hottbulle. Oh. Wo ist der Bulle. Warte. Warte. Der ist tot. Der ist tot. Hast du Granaten? Der Bus. Der Bus. Ja. Ich mach grad den Bus frei. Ok. Ich werfe ne Granate hier rein. Ja. Boah. Direkt noch ne Granate. Ich hab keine mehr. Ok. Granatenwerfer. Ich geh rein. Ich geh rein. Ich geh rein. Ich geh. Warte. Das ist ziemlich genug für Granaten. Ich versuch Gabo zu retten. Ich versuch Gabo zu retten. Das ist genau die richtige Menge für die Kettensäge nämlich hier. Ah scheiße. Sehr gut. Moni macht noch was. Achtung. Ah hier ist ein Schinker. Raus. Raus. Der Bus fährt weiter ne. Da kommen noch welche da von hinten. Ich versuch hinten frei zu machen. Ja. Komm ein bisschen zurück. Die muss zurück. Noch ein bisschen zurück. Die kommen jetzt nämlich von links. Die kommen von links über den grünen Bus. Der links links hin. Dein die steht. Ja. 15 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Jetzt sind wir uns was zum. Ich hör doch nichts. Nee ich seh ne ichs. Minimap zeig nichts an. Minimap zeig nichts an. Ah den Schmucker. Ja. Das muss ich den Schmucker fertig machen. Ah der ist glaube ich da. Komm ein bisschen zurück doch. aber das gibt es nicht ja kriegen wir gar noch gerettet irgendwie der bull der bull kommt ich habe keine ich habe keine muni mehr vorsichtig ist auf dich los wo ist der nimm deine säge mann nimm deine säge drauf hier ja okay okay zum west tor zum west tor geil geil ich habe verwandt das sind die helfen uns oder das sind grüne punkte interagieren steht da da machen wir da ist eine munitionskiste ort schillig du bist komplett tun aber ich bin grad wieder blüht durch an diesen weg von alles ich halte ich zimmer auch hier verdreht von links über viele verlinkt direkt neben uns direkt neben der kiste jetzt muss ich sagen ja ich bin auch schon wieder sehr low kann doch nicht sein oder dankeschön aber kannst du noch mal hier das mini pack nehmen und mich ein wo ist das klima ich sehe den alter der steht richtig behindert hinter so einer mauer wir treffen wir von hier nicht oh nein ich habe ihn wohl 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 ja ich muss auf jeden fall gleich noch mal moni aufladen das war ganz okay da kommt schon wieder weiter alter wir müssen noch mal erreichen wir müssen erreichen wir müssen erreichen aber ich brauch kurz den muni ich kann es um mich weiter alle hacken alle hacken alter noch mal kurz zum muni ich glaube mich haben beide gaber laufen wir durch jetzt oder wie machen wir das ich bin ja schon voll vor ihr seid beide sehr weit vor endlich haben wir den scheiß bus nicht mehr war müssen wir jetzt raus oder was kann sein ja was soll da hat keine kiste genutzt gab es sein oder der herr war das aber nicht richtig oder wo du bist wo ist denn der lange jetzt keine ahnung es hier unten ist gut was er nur deswegen mal kurz hier runter ich brauche auf jeden fall leben wir müssen los leute da kommt ein bulle der geht auf mich hier oben ich bin so laut wir sind groß alle und bekommst du ja ich beeilen hier ist der bus aufbauen aufbauen hier ist überall loot wieder aufbauen glaube ich ja aber das ist so schwer geht ja nicht hin weil das kampf starten hat einer eine sprengladung wir sind zwei kisten mehr habe ich nicht ich brauche auf jeden fall einen muni stationäre ich habe mörser ich gehe mal hier in dieses parkhaus rein hier oben ist alles hier oben bei mir kann ich denn die mörser aufbauen hier steht schon einer bini komm mal hier ich sehe auch keine mörser leider doch 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 hier steht schon einer jetzt brauche ich hier noch einen hin wir haben drei mörser glaube ich hier schon stehen komm mal her pini hier ist alles was heißt alles hier ist WinniPack bei mir oh ja kannst du mir das mitbringen und mich heilen kann ich machen oder Gabor ne ne Gabor wir sind zu spät hast du gesagt ja da musst du Gabor heilen ah ne der hat schon wieder das ist ok glaube ich ah hier ist auch noch mal was du musst hier mit zwei es geht jetzt los das ist ein Zaun das ist einfach ein Stück Zaun also setzt hier hin geht los Leute es geht los geht los guck mal ich kann hier den Zaun reparieren zack boah guck dir das an ok ich gehe auf die andere Seite zu den Mörsern boah ne boah ne ach du scheiße wo geht das hin ah direkt hier neben mir ist einer ein stinker nein mich hat so ein dicker hier hinten hinter uns ja ich komme alter wie kommen die denn direkt durch alle und ich bin auch noch infiziert glaube ich oh mein Gott sind das viele ich war infiziert alles du musst dir irgendwie retten ich bin ein Zombie ich muss hier hoch ich bin einfach direkt gestorben mini kannst du mich holen es ist vorbei jetzt sieben Sekunden fünf Sekunden wir kriegen das Tor nicht verteidigt was wo soll das gehen wie viele sind das Alter wie viele Zombies machen das bitte was zur Hölle ok ganz ehrlich das kriegen wir auf schwer nicht hin auf gar keinen Fall wo wart ihr denn auf einmal hin ich bin sofort gestorben bei mir kamen ein Spucker und ein Dicker direkt achso ich bin auch an einem Spucker gestorben ich stand da oben wo der Mörser an das schwere Maschinengewehr waren genau mit dem Mörser habe ich einmal abgeschossen dann kam aber ein Stinker zu mir und der hat mich da sozusagen runtergetrieben und dann waren die eigentlich alle waren einfach der komplette Platz schon voll mit Zombies und dann wollte ich in das Parkhaus laufen und das ging dann auch aber dann kam die halt durchs Tor ja ich habe auch einmal mit dem Mörser geschossen und dann habe ich schon gesehen wie so ein Stinker und so ein Bulle gleichzeitig neben mir hochgeklettert sind und dann bin ich nicht mehr weggekommen ja du hast den Dicker noch weggehauen im Prinzip ist glaube ich am besten in den Parkhaus weil da kommt keine Ruhe ja in den Parkhaus kann man vielleicht nochmal von außen drauf schießen ja das war gerade einfach unmöglich oh die kommt von links auch ne ich kann auf jeden Fall jetzt nicht viel machen hier hier ist doch noch was zum aufbauen ein Zaun ach ein Creeper in dem Raum auf links Gamma Gamma links ich glaube ich habe den Screamer ach ach Alter ich habe so gut wie keine Chance hier ich bin tot kann du ich bin leider nicht bei dir Simbo ja Gabba hat mich ok boah ich bin jetzt auch fast tot wir müssen das Tor verteidigen das Tor 5 Sekunden ños Scheiße Boaaa Ne Boaaaa das war wirklich letzte Sekunde gerade in der letzten Sekunde oder? das Geschütz auffüllen das Geschütz auffüllen das Automatikgeschütz hier Tor zwei, Tor zwei, Tor zwei. Wo ist Tor zwei? Scheiße, wir müssen doch überall aufmachen. Irgendwann aus der Brücke, von unter der Brücke, sagt der. Was für eine Brücke? Tor zwei ist ja voll weit weg. Ist verteidigt, ist verteidigt. Alles klar, sehr gut. Ja, okay. Okay, ja, da sind sie alle. Könnt ihr mich beschützen? Ich halte dich ja gerade voll drauf. Oha, oha. Ich bin auch. Oha. Ich bin fast down. Davor, kannst du uns in die Heilen oder so? Hab nix mehr, hab nix mehr. Okay. Okay. Sieht ja gut aus. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt tot, glaube ich. Ich hab noch meine letzten Granaten geworfen, ich bin aber tot. Lade das Scheißding doch auf, Mann! Ja, aber kriegst du mich. Tor eins, drei, wieder. Tor eins, drei Sekunden. Ja, der ist wieder zusammengebrochen. Ja, sehr schön, sehr schön. Und da kommt der Dicke auf mich zu und ich bin wahrscheinlich tot. Unten und bei Tor eins. Stürzt doch, du Drecksi! Könnt ihr Tor eins runterschießen? Warte. Ich bin tot. Ja. Ja, das ist schon... Tor zwei. Einer muss zu Tor zwei rüberlaufen. Ja. Ja, die hat mich schon getötet, sag ich doch. Boah, der stirbt nicht! Gabo, hilf! Der hat jetzt Pini. Tor zwei, ne? Gabo, du musst zu Tor zwei rüberlaufen. Wir müssen das irgendwie zu zweit schaffen. Dieses Scheißdisch ist... Ich glaube, du begann dich mal wieder gut. Ja, ja, ja. Ich renne zu Tor zwei. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ja. Komm zu mir, komm zu mir. Ich komme zu dir. Alter, wie soll man denn da hinkommen? Baller drauf. Da kommst du nicht hin. Wir haben hier ein Geschütz, mit dem man ballern muss. Achso. Das wusste ich nicht, weil wir dann wieder... Tor zwei ist verteidigt. Ah, sehr gut. Screamer! Ey, jetzt irgendwo Screamer! Hab ihn! Sehr gut. Ah, hier sind Bulle! Bei Lina, seht ihr den? Ja, kommt zu uns! Ah, hab mich! Scheiße! Ich bin hier down. Vorsicht, der Charge-Sticht-Zummo! Ach man, ja, ich wollte hinter den Van. Aber du musst ihn retten. Scheiße! Du bist tot, ne? Ja, ich bin komplett tot. Gabo, kannst du mich retten? Links, links, Gabo, links. Kommt noch ein kleiner Zombie. Haben wir es geschafft? Oh, seit... Krass. Wieder mehr schlecht als recht. Und auf normal war das schon so hart. Alter, ja. Das ist echt krass. Buh! Das ist immer wirklich richtig asozial teilweise. Weißt du, in diesem kleinen Raum, wo ihr wahrscheinlich schon beide zweimal drin wart, gehe ich rein, bevor die Welle losgeht und auf einmal sitzt da ein Creeper und greift mich an, ne? Das ist der Scheiß, den ich eben bei dem Rumpen meinte. Dass die auf einmal spawnen, wo du schon warst. Ja, aber also bei manchen Sachen macht es ja Sinn, ne? Aber... Ja, wenn da noch so ein Tor offen ist oder so, dann verstehe ich das. Ja, oder so ein Loch oder so, ne? Aber, ja. Da war nichts zu sehen hier. Äh... Ja, da war nichts zu sehen. 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 Vielen Dank.